Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem Kingdom Hearts 3D HD Let's Play auf der PS4. Mein Name ist Makota und ich bin von gamerscolors.de. Ja! 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 Hey! Ja! 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 Ha! Ja! 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 Hey! 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 Ja! Wir sind gerade hier in der Welt, die niemals war und begeben uns hoffentlich zum Endgegner, aber noch nicht. Mit Sora haben wir noch eine kleine Ecke vor uns, die wir hier noch klären sollten. Okay, jump down. Es ist ja unheimlich wichtig, dass wir hier noch mal trainieren, weil wir sonst noch ganz ziemlich angearscht sind, wenn wir Endgegner sind. Ich muss unbedingt mal den Wecker hier raufnehmen, das nervt ja. Hey! Ja! Ja! So, ganz klein. Moment. Deck bearbeiten. Wecker. Sollten wir auch durch das 3er Plasma ersetzen und das hier auf jeden Fall mit Sikra und das Niger Potion. Okay. Achso, wie ist das Kommando-Deck jetzt verteilt? Ähm... Okay. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hier vorne eine Cutscene kommt. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist das. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. This could have been the other way around. Huh? But it really has to be you. What do you mean? There are so many hearts that are connected to yours. You're me, so you can feel what I felt. No. Roxas, you're you. We're not the same. I wanted to tell you that. That you deserve as much as I do to be your own person. Sora, see? That's why it has to be you. No. Ah! Oh! Not again. Did they cause all this pain? What do you want me to see? So, don't chase the dreams. They'll leave you nowhere. Just doing a gift you'll never be able to wake up from. Why do these scenes always have to be emotional? Warum müssen sich diese Häuser eigentlich bewegen? Warum bewegt sich hier irgendwie alles? Ich fühl mich betrunken. Ah. Damit ich hier lang gehen kann. Warum bewegt sich diese Stadt? Ja. 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 Ich weiß, es ist total langweilig, die Gegend mal so zu besiegen. Aber so gehen sie mir wenigstens nicht auf die Nerven. Okay, ihr macht das super, ihr zwei. Okay, ihr macht das super. Okay, ihr macht es so gut. Boah, was passiert, wenn ich das jetzt erwische? Äh, es stirbt. Also, es wird zerstört. Oh, es hat mir auf jeden Fall jede Menge Erfahrungspunkte vertraut, weil ich immer wieder aufgeschrieben bin. Oh, es wird zerstört. Ja! Hey! Cooler Sache. Ja! Hm. Schade, dass wir keine Gegner warten. Aber hier vorne, ich hab euch ja schon fast verlegt. Wo ist das Ding hier? Ha! Ja! Hey! Ha! Come on! Ja! 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 Come on! Ja! 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 Super. So, stürze ich mal zu Riku zurück. Kleidblocker. Cool. Angriff. Das nehme ich raus. Nein, nehme es raus. Und Abwehr und Magie. Okay. That's all I can do for you, Riku. Let's do our best. Wir sollten Rikos Kommandodeck nochmal überarbeiten, weil einige Sachen vielleicht möglicherweise nicht sinnvoll sind. Habe ich dieses Balloon-Ding? Balloon? Eti. Oh, das habe ich Rikra rausgeschlossen. Rikra brauche ich schon. Okay. Wir sollten hier speichern. Just in case. Okay. Okay. Vielleicht nochmal in die Kommandodecks? Nee, in die... Sorry, Leute, aber... Ich habe das letzte Mal echt abgekackt gegen den. 100... Nee. 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 Let's do this. Es kann ja nur schlecht werden. Wünscht uns Glück. Is that... Sora? Sora! Oh. Sora! Sora! Don't! You've gotta wake up. Sora! Ich habe keine Ahnung, was es ist, ich weiß nur, dass das echt scheiße ist. Spuck mal nichts, bitte nicht so große Döne spucken, mein lieber Rico. Der war echt schwer. Besiege den Anti-Schwarzmantel-Albtraum. Aber es tut bei mir eigentlich nicht so gut. Ich habe eben so ein bisschen Schaden. Super, eine Leiste weg. Schild. Das ist meine Idee. Das war das, was ich gesagt habe. Okay. Wir versuchen das nochmal. Das dümmste ever, dass ich ohne Heimelte reingegangen bin. Wie dumm, warum hat mir das keiner gesagt? Ja, super. Ich bin ein bisschen proud of this. Okay. Komm her. Nein, das hätte ich gar nicht echt provokieren lassen. Nein, das hätte ich gar nicht echt provokieren lassen. Ja, ich mag das mal. Und dann, äh... Nee, das... Nein. Wie krank. Los, 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 los. Okay. Okay. Gut, das hat geklappt. Wo ist er denn? Hier. Das sind auch okay. Okay. Da sind so Heildinger. Heildinger. Heil... Wo sind sie? Oh nein, sie sind weg. Oh nein, sie sind weg. Okay. Saugsturz. Nice. Und Retro Sturz. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Da, 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 da. Das hier. Das Feuerblatt da. Und wo ist er? Da. Und jetzt Meteor. Okay. Super. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Oh nein! Oh fuck! Jetzt hab ich's... Fuck! Just... Just get out of this way. Just get... Nein! Aber es war besser. Es war besser. Okay. 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 Wir probieren es... Nochmal. Und... Jetzt... Konzentrieren. Lenkt mich nicht immer ab, Leute. Okay. Okay. This is easy. We will do this. Oh nein! Jetzt hab ich in Ruhr. Im Grunde ist es die Beste. Denke ich, wenn man... Warum sind meine Dings aus? Hier. Okay. Super. So. D3. Und aus dem Weg. Aus dem Weg. D3. Super. Und... Elec. Aufstürzen. So. Na. Hier. 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 Na. Hey! Nein! Stop doing this. Ist das denn ernst? Ja, super. Gib mir das. Gib mir das. Okay. Ha! Nein! Nein! Okay. Oh, me too. Okay. I will destroy you. And it is not the last thing I do today. Okay, vielleicht doch. Äh... Oh, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Okay. Ja, Link Boost. Icarus? Come schon. Daylight. Pretty awesome. Das war so. Das war so. Wir machen das gut. Wir machen das gerade richtig gut. Lass dich doch mal treffen jetzt. Das war gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Okay, geht's mir weiter. Okay, super, super, super. Nein! Why? Das ist doch... Wieso? Wir sind doch dem normalen Schema wie immer gefolgt und dann bin ich angeschossen worden. Das ist doch... Das ist doch zum Katzen, ey. Aber ich war gut. Er hatte nur noch... Okay. Ich probiere das noch einmal. Und wenn es dann nicht geht, dann haben wir einfach Pech und ich lade das Spiel nochmal. Okay. So. So ein... Ah. Okay. Nee. Du greifst mich nicht an, du... Trockenspaßbremse. Wir hinterfragen nicht, was eine Trockenspaßbremse ist. Das ist schade, okay? Okay. Der erste ist weg. Hier. Hier. Ja. Lass mich einfach... Okay, wir haben zwei Weißen weg. Konzentration. Mei. Nein. Nein, 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 nein. Enemy, enemy, da. Mein Name ist hier. Just get out of my way. Drei Weißen weg. Und jetzt macht er den Doppelangriff. Super. Und Meteor hintermacht. Oh, scheiße. Oh, Gott. Nein. Was ich nicht noch Leave. Ich kann mich nicht mehr finden. Ich muss den Doppelangriffen wegnehmen. thereangers. Aber auch ich nicht Er vehement revisiert. Wir ver horns 아니야, Nein, 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 nein! Get out of this, fuck! Oh, scheiße, wo ist man? Geh, geh. Wieso hat er sich geheilt? Was für ein Spacken ist das denn? Fuck, ich muss sie. Ich muss sie ja plassen. Ja! Oh mein Gott! I'm sorry! Ich habe mich verledigt! Du hast mir warm! Oh mein Gott! Du hast bitte keine weitere Form, du bist nur du. Ja? Danke. Sora. Sora. Don't chase the dreams. They'll lead you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. What? What? What's going on in Sora's world? Why won't he open his eyes? Is he still in the nightmare? That is right. Huh? Ansem! Sora can no longer wake up. No matter how many nightmares you consume, you cannot wake someone who has fallen into the chasm of dreams. What? Dreams hold our memories. Sleep holds our dreams. And darkness, it holds our sleep. Sora's heart belongs to the darkness now. Sora would never give in to the darkness! But you feel it, don't you? This world, the nightmare, the abyss. Why haven't you returned to the reality whence you came? No. This is a... Dream of a dream. A two-fold nightmare. This whole journey, you have been inside Sora's dreams. And now darkness within darkness awaits you. What? No! I can't get loose! Rico! Wake up! At the start of your test, when you struck out from that tiny island, you saw me there, dressed in a robe. Immediately you knew something was wrong. So without even knowing it, you dove into Sora's dream. And you became exactly what that sigil on your back represents. A dream eater to protect Sora from nightmares. Me? I? I'm a dream eater? Correct. But you failed to protect him. After all your efforts to command the darkness and protect those you cherish, it is a shame you locked that power away in the end. Except... It's not over. I can still save Sora. So you understand what to do. Set the darkness in you free, and you can rescue your friend. Ansem, or Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. But darkness stole your heart, and the Keyblade with it. Don't you see? That's half the reason I'm even on this journey. After allowing darkness into my heart, am I still fit to wield the Keyblade? Even after locking you away, here you are, haunting me again. So I get it now. There's no point in trying to hold the darkness back. At last, you see clearly. You know, when I look at you, there's this memory that flashes back. A secret I said I'd keep when I was little. The main reason I kept dreaming about seeing the outside world, was because of him. My journey begins here. And now, I'm going back to the real world. And then to Sora's side. That... is your answer? Yes. I know the way. Consume the darkness. Return it to light. You can try. Okay. Ist das jetzt ein Einfifferkampf? Weil irgendwie muss ich sonst alles nochmal besiegen? Ich hab irgendwie... Kann ich mich nochmal heilen vorher? Kann wir das nochmal besprechen vielleicht? Ich mein... Hm? Warum hat er so viele, äh, Ding-Stinger? Und warum ist das hier so scheiße? Und überhaupt... Oh, come on. Wow. Wo sind meine Traumfänger? Und warum bin ich jetzt ein Dream-Eater? Und warum können wir das nicht eigentlich machen? Okay. Ich bin mir... Ich bin mir nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr. Bis hier! Nur ein bisschen kleiner Spaß, ne? Ständig Scheiße labern und dann hier so einen Scheiß machen. Nee, wo ist mein Hiel? Hey! Das war mir so klar! Mann! Okay. Das ist jetzt eine Scheiß-Situation. Ich beende jetzt an dieser Stelle das Video. Probiere das nochmal und reg mich einfach nicht mehr auf. Wisst ihr, ey? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt... Ich kann das nicht. Scheiße! Ich kann nicht mal laden, weil ich dann diesen Scheiß-Spaß nochmal machen muss. Und dann muss ich mir nochmal anhören, was Ansem oder Xehanort für eine Scheiße von sich gibt. Okay. Ganz ruhig. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr werdet gleich noch ein paar mehr Ergüsse meiner wundervollen Sprachnutzung hören. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis gleich!